Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 51.800 US-Dollar, boah ich habe gerade volles Déjà-vu, es hat sich einfach nichts getan seit gestern, bis auf, dass wir ein kleines Fake-Out bekommen haben und die USA wieder zurück im Spiel sind. Und das könnte jetzt für heute nochmal richtig, richtig interessant werden. Wir haben leider unseren Zielbereich noch nicht ganz erreicht bei Bitcoin, dafür bei Ethereum, wo ich mich gestern schon ein bisschen drüber geärgert habe. Aber dazu gleich nochmal ein bisschen mehr im Detail, wann wir jetzt endlich unseren Short-Positionen hier reingehen oder ob wir überhaupt noch einen Short reinmachen oder ich davon ausgehe, dass wir doch noch hier Richtung 55.000 oder sogar 57.000 US-Dollar reingehen. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer anschauen. Natürlich werden wir auch auf die normalen Märkte gucken, also auf die Stockmärkte und mal einen ganz kurzen Blick auf die Forex-Märkte und natürlich auch auf Gold. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung und wenn ihr das Ganze wie immer gerne traden wollt, kann ich euch nur meine Partner Böse Binggeeks empfehlen. Dort kriegt ihr auch momentan einen kleinen Einzahlungsbonus, wenn ihr dort traden möchtet. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin bei 51.881 US-Dollar. Wir haben gestern unseren kleinen Wick auf knapp 53.100 US-Dollar bekommen. Ziel war ja hier oben die 53.300 US-Dollar und da bleibe ich auch erst einmal noch dabei. Wir sind hier gerade übrigens auf dem 1-Stunden-Timeframe und daraufhin direkt den Abverkauf. Wiederum daraufhin haben wir eine 1-Stunden-Supply-Zone, also diese grüne Box hier oben, das ist die Supply-Box, also eine Widerstandszone. Sind wir da heute Nacht, beziehungsweise, ja doch, heute Nacht kann man schon ganz gut sagen, sind wir da heute Nacht reingestoßen. Wurden hier erst einmal zurückgewiesen, aber wir haben hier, ihr seht es schon vom Volumen her, sehr, sehr viel Abverkaufsvolumen in dieser 1-Stunden-Candle. Und wenn wir das auf dem 4-Stunden-Chart angucken, auch noch auf der 4-Stunden-Candle. Natürlich hat sich dadurch, und das wollten wir ja auch schon die ganze Woche haben, eine Bearish Divergence gebildet. Was mir aber jetzt hier absolut nicht gefällt, ist diese verdammt große Abverkaufs-Candle mit diesem Wig auf dem 4-Stunden-Timeframe und dem viel Volumen, was hier oben eben einfach drin liegt. Und das würde ich mir gerne nochmal holen, bevor wir hier einen Short reinmachen. Und dann wird auch hier oben wahrscheinlich wieder unsere Zone um 53.300 bis knapp 53.800 US-Dollar weiterhin sehr, sehr interessant bleiben. Vorher gehe ich nicht Short, hat sich auch gestern ehrlich gesagt nicht wirklich ergeben, dass ich hier noch irgendwie in den Short reingehe. Das Risiko war mir dann auch zu hoch, weil ich mich wie gesagt hier oben auf diese Zone versteife. Für alle diese Zone resultiert da drauf, wenn wir mal hier auf den 1-Tages-Chart reingehen. Das ist einfach die Ineffizienz hier oben, die würde ich mir gerne noch holen auf Daily-Sicht, bevor wir dann wirklich diesen Abverkauf kriegen sollten. Also das möchte ich noch haben und deswegen auch gestern kein weiteres Short-Signal hier. Gucken wir mal ganz eben kurz auf die Funding-Rates. Die Funding-Rates wieder etwas zurückgegangen, natürlich, weil wir gestern durch dieses Pump & Dump, was wir hier gestern wieder hatten, ein paar Positionen ausgespült haben. Auch das Open Interest, wenn wir uns das mal so übergeordnet angucken, leicht zurückgegangen. Also noch kein Riesendump im Gegensatz zu gestern, aber zumindest ein kleiner, kleiner Rücksetzer. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr hohes Open Interest hier vorrätig. Das heißt für mich weiterhin, die Liquidität liegt hier einfach noch drüber und sobald wir uns diese gefischt haben, können wir möglicherweise mit einer Korrektur starten. Wie gesagt, wir haben die Long-Position noch offen, wir haben hier überhaupt kein Risiko, hier irgendwie was zu überstürzen. Das heißt, wir können diese Short-Position wagen und dann aber trotzdem immer noch die Long-Position offen haben. Und darauf warte ich eben jetzt heute im Laufe des Tages, dass wir hier die 53.300 bis 53.800 US-Dollar noch abholen. Und dann kann es weitergehen. Jetzt habe ich gestern noch eine kleine Info weitergeleitet hier wegen Spot ETFs. Fun Egg Spot Bitcoin Handelsvolumen ist heute um das 14-fache angestiegen. Auch die Grayscale ETF-Werte sind wieder gestiegen. Also es wird weiterhin Spot-mäßig gekauft. Das ist natürlich immer noch so ein bisschen das Züngle an der Waage. Kommt die Korrektur oder kommt sie nicht oder schießen wir jetzt einfach durch Richtung 100k? Macht es persönlich für mich auch momentan ehrlich gesagt ein bisschen schwerer, weil ich diesen ganzen ETF-Shit einfach nicht einberechnen kann. Wird hier weiterhin groß eingekauft. Was passiert im Hintergrund? Wird doch irgendwie was vorbereitet für einen größeren Damm? Wird sich alles zeigen. Momentan, wie gesagt, ist immer noch ein bisschen Luft nach oben. Und wir haben ja die grüne Box hier oben eingezeichnet, die bis 55.500 US-Dollar geht. Das wäre auch dann der Stop-Loss für unsere Short-Position, aber auch das Ende wahrscheinlich unserer Long-Position. So, gehen wir mal rüber zu Ethereum. Hier habe ich ja gestern schon einen kleinen Post hinterher gelassen, weil ich genau zu diesem Zeitpunkt nicht am Handy war. Und ich glaube 10 Minuten später oder sowas bin ich dann ans Handy gekommen. Wir haben bei Ethereum nämlich perfekt hier diesen R2 gestern abgeholt. Also wirklich perfekt auf einen Dollar sogar. Genau die 3007, wir sind sogar einen Dollar drüber gegangen, also einen Dollar drüber. Also wer hier gegebenenfalls diesen Short gewagt hat, hätte dann gestern auf jeden Fall schon hier ordentlich Profite machen sollen. Ich war wie gesagt gestern nicht, jetzt muss ich mal selber gucken, wie tief wir da gedampft sind. Ja, 4% knapp, also auch mit dem Fünferhebel wären es hier 20% gewesen. Also wer es mitgenommen hat, top. Ansonsten sollte die Position jetzt hier schon wieder ausgestoppt worden sein. Ich war auf jeden Fall nicht drin. Wieso? Weil ich einfach zu diesem Zeitpunkt einfach mal ausnahmsweise nicht am Handy da war und ich mir immer noch nicht die Alarme auf Tradingview aktiviert habe. Aber gut, man lernt immer ein bisschen dazu. Momentan gehe ich aber jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr in diesen Short-Modus rein. Also ich beobachte das jetzt heute nochmal ganz genau, weil wie gesagt, wir haben bei Bitcoin noch ein Hoch, wo es mit sehr, sehr viel Volumen was abzuholen gibt. Bei Ethereum eben nicht mehr. Also hier konsolidieren wir schon derzeit hier um diesen R2-Widerstand und um unseren generellen Widerstand hier oben. Volumentechnisch haben wir alles abgefischt jetzt durch diesen letzten Move dann heute Nacht hier bei 3038. Eine Möglichkeit wäre es trotzdem nochmal hier so eine Art Doppeltop zu bilden. Wir schauen uns das Ganze mal auf den größeren Timeframes an. Volumen natürlich deutlich, deutlich zurückgegangen. Mit größeren Timeframes meine ich Daily-Timeframe. Da sehen wir, okay, wir haben diesen Widerstand rausgenommen. Wir haben unsere große Supply-Zone ausgenommen. Das heißt, wir haben hier drüben jetzt erst einmal keine signifikanten Widerstände mehr, die es jetzt noch irgendwie abzuholen gibt. Ihr seht auch das Volumen hier drüben von Januar 2022 bis sogar April 2022. Da tut sich, ihr seht das gar nicht, warte. So, jetzt aber hier dieses Volumen von Januar 2022 bis Mai ungefähr 2022 gab es hier nicht wirklich viel signifikantes Handelsvolumen, welches es eben in diesen Bereichen abzuholen gibt. Das heißt, Ethereum hat theoretisch Luft jetzt bis 3340. Sollten wir uns hier über dieser Marke von 3007 US-Dollar halten. Danach sieht es momentan noch nicht aus. Also, ihr seht selber, wir haben hier etwas unsere Probleme momentan, uns da drüber zu halten. Ich gehe hier immer noch von einem Short-Szenario aus. Aber ich möchte halt Bitcoin hier erst noch diesen Preisbereich holen, bevor wir bei Ethereum Short gehen. Warum? Wäre ich gestern gegangen, weil wir hier einfach perfekt abgeholt wurden. Wir hatten ein starkes Volumen, was hier oben dann reinkam. Plus eben noch die Divergenz, die dann auch noch dazu kam. Das war gestern ein Short-Indikator. Heute wäre ich da wieder etwas vorsichtiger. Also, hier jetzt erstmal Finger von lassen und die nächsten Stunden erstmal abwarten. Ja, ansonsten, was machen die Stockmärkte? Die sind weiterhin eher auf sehr, sehr hohem Niveau. Korrekturmodus ein bisschen angesagt, aber noch nicht wirklich überstürzend. Dow Jones auch immer noch sehr, sehr interessant in dieser Short-Zone hier oben. Also, hier tut sich derzeit einfach gar nichts. Die Märkte wollen noch nicht korrigieren. Wir schauen mal ganz kurz, was heute bei Investing so ein bisschen ansteht. Also, was an Daten ansteht, da sehen wir selber, es ist wieder tote Hose. Bis auf das FOMC-Sitzungsprotokoll heute um 20 Uhr, sollte es ein sehr, sehr ruhiger Tag werden. Außer wir kriegen irgendwelche anderen komischen News, die hier noch reinkommen. Ansonsten tut sich hier relativ wenig. Zwecks Shorts. Gehen wir rüber zu Gold. Gold weiterhin auf unserem Weg zu unserem nächsten Take-Profit. Haben wir ja gestern darüber gesprochen. 2035 US-Dollar wäre die nächste Take-Profit-Area. Dann können wir hier oben unseren Short noch ebenfalls nochmal verdoppeln, den wir hier oben bei, wo war es denn? Hier oben bei 2080 US-Dollar aufgemacht haben. Und dann nochmal ein kleiner Rücksetzer, bevor wir dann möglicherweise eine Rallye starten. Ansonsten, wie gesagt, tut sich relativ wenig. Auch Deutsch, also DAX, tut sich wenig. Nur noch Konsolidierungsphase. Und die Forex-Märkte, wenn wir mal ganz kurz den Euro angucken, hat sich auch wieder deutlich erholt. Hat leider nicht mehr unseren nächsten Entry bekommen, dass wir hier nochmal runter ins Golden Pocket gehen. Wiederum alles hier oben abgefischt. Und jetzt wäre eigentlich so das nächste Ziel hier oben. Die Ineffizienz bei 1,086 Euro. Ansonsten, wie gesagt, wenn es irgendwas gäbe, würde ich euch in der Telegram-Gruppe nochmal hier auf den Laufenden halten. Also kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns möglicherweise später wieder. Wenn nicht, morgen früh zum nächsten Update. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto.